WELLOF ist ein Anbieter von Verbindungs-, Systemtechnik und Montagetechniken. Wir sind Partner für unsere Kunden auf der ganzen Welt. Quasi bieten wir die 360-Grad-Lösung an. Wir befinden uns hier im Bereich der Kunststofftechnik, im Bereich Intralogistik. Alles was hier hergestellt wird, geht zum größten Teil in die Automobilbranche und in die Luftfahrtbranche. Warum hatten wir in Bielefeld das große Bestreben für eine Veränderung? Das Bestreben bestand darin, dass wir viele manuelle Prozesse in der Intralogistik hatten. Und dies wollten wir einfach eliminieren. Wir wollten die Prozesse digitalisieren. Wir wollten die Prozesse schlanker gestalten, transparenter gestalten und vor allem automatisierter gestalten. Das heißt, mehr den Gedanken One Piece Flow. Die Gesamtlösung, die BELLOF als Generalunternehmer umgesetzt hat, besteht aus dem CARDEX Mini-Load-in-the-Box-System, dem Leo-Locative-System und dem Elkasi-System von PS Corporation, die unsere Lagerverwaltung übernimmt. Der Grundsatz unserer umgesetzten Lösung besteht aus einem 30-Stunden-Puffer, den wir an Halbteilen der Fertigung zur Verfügung stellen. Diese Halbteile werden manuell kommissioniert und in den CARDEX eingelagert. Diese Einlagerung erfolgt, indem wir die Artikelnummer, die Chargennummer und die Menge der Ware im KLT scannen und an PS Corporation melden. Somit wird der Bestand verfügbar sein im CARDEX für die Produktion. Sobald an einer Montageanlage ein Halbfertigteil benötigt wird, wird am E-Label per Knopfdruck der Bedarf generiert. Darauf folgt dann ein digitaler Informationsfluss, der die Auslagerung am CARDEX anstößt. Nach erfolgter Auslagerung aus dem CARDEX-System wird die Ware an die Übergabestation übergeben von VITO-FTS-System. Danach erfolgt eine Gegenprüfung von PS Corporation und danach erfolgt der eigentliche Transport in unsere Fertigung. Sobald ein Fertigteil an unserer Anlage produziert wurde, wird am E-Label von PS Corporation ein Bedarf erzeugt und das FTS macht sich auf den Weg, um die Ware abzuholen. Im nächsten Schritt erfolgt dann der Rücktransport von der Anlage zum CARDEX-System. Dort wird die Fertigware solange gepuffert, bis eine Palettenmenge erreicht ist und diese komplette Palettenmenge wird dann am Ende hier in unserer Logistik wieder ausgelagert. Unser CARDEX-System bietet uns Platz für ca. 30 Paletten an Fertigteilen und davon gehen ungefähr 15 bis 20 Paletten pro Tag zu unserem Logistikzentrum. Durch den Einsatz des Leo Locative-Systems konnten wir über drei Hallen hinweg alle unsere 25 Montageanlagen versorgen und an das CARDEX-System anschließen. Von Seiten Böllhoff können wir jetzt letztendlich sagen, dass in dem großen Digitalisierungsprojekt, was wir absolviert haben, wirklich alle unsere Erwartungen erfüllt worden sind. In dem Zusammenspiel mit der Firma CARDEX, PS Corporation und BITO wurden alle unsere Anforderungen an einen vollautomatischen digitalen Prozess gänzlich umgesetzt. Mit der Firma CARDEX konnten wir natürlich hier unseren erwünschten 30-Stunden-Puffer realisieren, die Aus- und Einlagerungsprozesse zentralisieren und natürlich Flächeneinsparungen generieren. Durch die Firma PS Corporation konnten wir Prozesssicherheit generieren. Wir haben Transparenz erzielt durch das System Elkasi. Firma PS Corporation hat uns immer individuelle Lösungen für alle Prozesse ermöglicht. Durch das BITO Leo Transportsystem konnten wir unsere Materialprozesse vollautomatisieren. Wir haben jetzt keine manuellen Eingriffe mehr in der Fähr- und Entsorgung der Montageanlagen. Wir von der Firma Böllauf sind stolz darauf, dass wir dieses innovative Projekt mit unseren Partnern umsetzen konnten. Für uns der richtige Weg in die Digitalisierung, ein Zeichen auch an die Mitarbeiter, dass wir innovative Schritte in die Zukunft gehen werden. Wir von der Firma Böllauf ist unsere profound- und Angegenheit. Wir von der Firma Böllauf ist unsere Web- und Entsparenz. Er hatalausBob, wie bei der Firma Böllauf ist die Möglichkeit.